Nachdem ich vor ein paar Tagen mithilfe einer künstlichen Intelligenz meinen Namen Wolkenkrieger bildlich illustriert habe und darauf viele, 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 viele positive Reaktionen kamen, wurde ich gefragt, ob ich mal einen Mondkrieger machen kann und ich würde sagen, let's go. Nummer 1 macht dieser Verschnitt eines Astronauten im Survival-Modus, erinnert mich ein bisschen an Riddick. Ich fand es einfach so cool, dass ich es einfach zeigen musste. Eine etwas krummligere und böse aussehendere Version gab es dann in Version Nummer 2 und die Nummer 3 hat eine Rüstung. Ich fand sie alle ziemlich cool.